ich stehe jetzt kurz vor einem bahnübergang das müsste glaube ich die lokalbahn sein von rosendorf nach retz erlebnisbahn oder waldviertelbahn geht da dann durch durch den hofnagelberg und da ich so neugierig bin mache ich jetzt noch kurz einen abstecke zum bahnhof geras gott an und das an der hoffentlichkeit zukommen jetzt das wird interessant das ist nur für diesel und für dampflok da gibt es kein strom wie kann man da abseits geht das ist nostalgie sowas liebe ich wunderschön bahnhof geras gott an ich mach mal kurz einen schwenk da her ist ja langsam im herbst 20 21 ein 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 Musik Und hier gibt es noch eine Tafel, die ausrichtet ein Retz, wenn wir die Zunge voraussichtlich nicht ausgeführt Minuten später ankommen. Ein Raterraum, das ist wahrscheinlich nicht zu über. Das ist sehr klar. Das sind die Fahrtlose. Ja, da fährt der Reflossexpress Plus 28. Auf England und einmal am 24. Dezember. Wunderschön. Ähnlich wie der Bahnhof in Drosendorf. Wunderschön. Wunderschön. Wir müssen zurück zur Straße und danach gehen wir los. Das ist die hinterseite von Bahnhof. Wunderschön. Ob das bewohnt ist oder weiß ich nicht. Aber es schaut so aus, weil da gibt es Papier und Rest im Container. Vielleicht runter wird da hinten mit Holz gemacht. Und das ist die nächste Zeit. Und das ist die Zeit. Und das ist das. Wir müssen aufpassen. Vielen Dank.